Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 42.800 US-Dollar. Wir sehen einen leichten Pump nach unten hin, aber das haben wir uns ja gestern prognostiziert, dass es nochmal ein bisschen nach unten gehen könnte. Vor allem wichtig auf dem 1-Stunden-Timeframe, wir haben die Liquidität unter diesem Tief geholt. Eine leichte Bullish-Divergence, ob das möglicherweise schon ausreichend ist, weil die US-Märkte heute wieder langsam aber sicher in Fahrt kommen. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen kleinen Blick auf Gold werfen und auch nochmal einen Blick auf Solana, denke ich. Je nachdem, ob ich da noch Lust darauf habe. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das Ganze traden könnt, also Krypto, Forex, Stocks, könnt ihr gerne euch bei BingX anmelden. Den Link dazu findet ihr unten ebenfalls in der Videobeschreibung. So, jetzt gehen wir aber mal rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.800 US-Dollar. Wir haben gestern ja darüber gesprochen, dass nochmal so ein Hit in dem Bereich der 43.500 US-Dollar möglich ist. Es ging sogar nochmal ein bisschen höher auf 43.800 US-Dollar. Also die Ineffizienz ist locker gefüllt. Seitdem ging es jetzt deutlich nach unten hin. Wir haben diesen Wig gefüllt, auch ein wichtiges Zeichen. Und wir haben eben jetzt hier diese minimale Bullish Divergence. Das heißt, ein tieferes Tief im Chart, ein höheres Tief im RSI. Weil es spricht erst einmal dafür, okay, es könnte jetzt erst einmal wieder ein bisschen nach oben hingehen. Dafür haben wir dann auch hier wieder diese kleine Ineffizienz, die sich bilden könnte. Und dann gehen wir mal noch ganz kurz auf den Trader's Reality Indikator ein, weil da gibt es auch ein bisschen was anzugucken. Wenn er denn lädt auf dem 1-Stunden-Timeframe. Oder halt auch nicht. Vielleicht aktualisiert er nochmal ganz kurz. Nochmal ganz kurz probieren, ob es jetzt funktioniert. Auf jeden Fall haben wir im Trader's Reality Indikator, aha, jetzt geht es perfekt. Im 1-Stunden-Timeframe müssen wir aber hier gucken, Psy-Range angucken, wo liegt die? Der hat Probleme. Ah, okay, jetzt, perfekt. Da sehen wir, okay, die Psy-Range wurde gestern als Widerstand anerkannt. Das heißt, wir sind deswegen auch noch ein bisschen höher gegangen. Das hätte ich vielleicht gestern auch wissen sollen. Die 1-Stunden-Vektor-Candle wurde gefüllt. Wir haben jetzt nach oben hin noch eine Vektor-Candle, also eine rote Vektor-Candle. Gestern auch Daily Open, Psy-Low, alles getestet, Widerstand anerkannt und es ging nach unten. Deswegen ist es jetzt im Laufe des Tages heute möglich, dass wir eben jetzt hier mit dieser Unterstützung, dieser Bullish Divergence nochmal nach oben hingehen. Zumindest mal bis ungefähr 43.300, 43.400 US-Dollar. Ihr erinnert euch, das war gestern auch so unser Preisbereich. Könnte auf jeden Fall gut gehen. Vektor-Candle füllen und dann einen weiteren Abverkauf bis ungefähr 42.000. Oder wir kriegen wirklich diesen größeren Crash, wo wir jetzt ja auch schon des Längeren immer wieder drüber gesprochen haben oder ich seit Wochen jetzt schon drüber rede, mit eben, warte, ich mache den Indikator nochmal ganz kurz aus, mit unserem potenziellen Doppeltop, was sich hier derzeit noch bildet. Aber es ist immer noch, es wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. So ehrlich muss man es auch sagen. Also jede Korrektur würde ich jetzt zum Kaufen nehmen, beziehungsweise auch um möglicherweise eine kleine Long-Position aufzubauen. Wir sind seit 40.600 US-Dollar sind wir hier unten drin. Das passt derzeit noch, aber eventuell sollten wir doch nochmal einen größeren Abverkauf sehen, wenn wir diese Position auf jeden Fall nochmal aufstocken. Auf was ich auch noch eingehen wollte, sind die Funding-Fees. Ihr seht, seit dem 24. Oktober sind die extrem hoch, beziehungsweise mit so einem kleinen Peak hier Mitte November. Dann ging es wieder ordentlich runter und zuletzt sind die Funding-Fees extrem angestiegen. Vor allem jetzt über Weihnachten. Ich habe gestern noch gedacht, okay, zum Shorten muss man ein bisschen aufpassen. Wir hatten 0,014 so auf den gängigsten Börsen und mittlerweile sind die Funding-Fees extrem angestiegen. Wir sind bei BitMEX hier bei 0,05, bei OKX bei knapp 0,05, CoinX, BingX mittlerweile sehr, sehr hoch. Also die größten Börsen, bis auf Binance geht sogar noch 0,026, sind die Funding-Fees extrem angezogen in den letzten Stunden. Wir sehen es auch hier mal so ein bisschen in den Vergleich. Ihr seht ja schon, es ist schon nach oben hingeschossen, beziehungsweise minimal ist es tiefer gegangen nach dem Dump. Aber trotzdem, die Funding-Fees sind immer noch sehr, sehr hoch, meiner Meinung nach. Gut, es sind noch keine Bullrun-Verhältnisse. Da könnt ihr euch an 0,2, 0,3, 0,4% sogar, also denkt euch die Null weg. Das sind dann die Funding-Fees im Bullrun dann möglicherweise. Aber trotzdem, wie gesagt, kurzfristig gehe ich jetzt einfach nochmal davon aus, dass wir hier zumindest mal mit Unterstützung dieser Bullish Divergence mal diese Ineffizienz hier nach oben hin füllen. Mal schauen, wie wir uns dann halten mit dem Daily Open etc. Sollten wir hier wieder Schwäche zeigen, gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass wir zumindest mal die 41.9 oder 42.000 US-Dollar, ein bisschen höher angesetzt, wo unser Golden Pocket liegt, sollte das brechen. Und auch da nochmal ganz kurz der Blick auf die Vector-Candles. Wir haben hier unten noch eine, die geht bis ungefähr 41.700 US-Dollar. Das heißt, die Range zwischen 41.700 bis 42K. Diese Range sollte meiner Meinung nach nochmal getestet werden. Sollten wir da drunter fallen, sieht es sehr, sehr übel aus. Weil dann können wir im Endeffekt auch hier runter in Richtung 38.000 US-Dollar fallen. Also ihr seht, meine Gebete wurden langsam erhöht. Es geht ein bisschen runter, aber so richtiger Crash-Zeitpunkt, der ist einfach noch nicht da. Da muss man einfach noch ein bisschen vorsichtiger agieren. Gehen wir rüber zu Gold. Da haben wir ja, oder habe ich gestern in der Telegram-Gruppe mal ganz kurz was dazu geschrieben, dass ich hoffe, dass wir heute da in den Short-Trade rein können. Ich mache mal hier gerade ein bisschen sauberer im Chart. Es sieht derzeit nicht schlecht aus. Also wir kriegen jetzt hier diesen Montagspump derzeit ein bisschen rein. Ich warte noch ein bisschen, bis wir uns zumindest mal in Richtung 2070 US-Dollar bewegen, beziehungsweise 2080. Und dann gehen wir auf jeden Fall rein mit 50% der Positionsgröße. Das heißt, wir haben ja noch eine große Long-Offen, die mittlerweile Take-Profit 9 erreicht hat oder 8 oder 9. Also insgesamt 9 Take-Profits hier mittlerweile genommen. Das heißt, wir werden hier oben mit 50% der Long-Position, die noch offen ist, werden mit einer Short-Position eröffnen, so als kleinen Hedge. Und dann können wir hier möglicherweise auch die Gegenbewegung zumindest mal bis zu dieser Ineffizienz eben hier runter bei knapp 1.986 US-Dollar mitnehmen. Könnte ein schöner Trade werden. Wie gesagt, ich werde euch nochmal im Laufe des Tages ein bisschen auf den Laufenden halten. USA würde ich mich heute ganz ehrlich zurückhalten. Die Märkte sowieso komplett gestört meiner Meinung nach immer noch, auch wenn die USA heute wieder back sind. Lasst es einfach. Wir sind in einer richtig komischen Zwischenwoche zwischen Weihnachten, Silvester, Neujahr würde ich dann erst langsam wieder in solche Sachen einsteigen. So, schauen wir uns mal Solana nochmal ganz kurz an. Weil da ja momentan Hype ohne Ende getrieben wird. Also das Ding ist nochmal gestern auf 126 US-Dollar hochgeschossen. Ich habe einen guten Zeitpunkt zum Shorten erwischt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem, lass die Finger von dem Mist. Ganz ehrlich, es hat sich fundamental nichts geändert. Wir haben massive Bearish-Divergences, die Pushes werden immer weniger. Wir schauen mal ganz kurz auch hier, was die Vector-Candles anbelangt. Also auch hier kriegen wir Stopping-Volume rein. Also lasst es einfach. Versucht das Ding zu shorten und wenn, wahrscheinlich nur mit Zweierhebel oder sowas, dass ihr nochmal 50% Pump verkraften könntet. Aber lasst die Finger ehrlich gesagt davon. Ansonsten gibt es derzeit wenig zu sagen. Ethereum weiterhin so ein bisschen am Widerstandsbereich. Also seht ihr hier, wir sind am Golden Pocket hier rejected worden. Da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen. Ansonsten ist es relativ ruhig. Genießt noch ein bisschen die Weihnachtstage. Futtert euch noch ein bisschen voll. Morgen, denke ich, wird es dann wieder richtig rund gehen. Morgen ist dann, boah, morgen ist Mittwoch schon wieder, ne? Boah. Die Zeit vergeht. Auf jeden Fall hören wir uns dann auf jeden Fall morgen wieder zu einem kleinen Update-Video. Altcoins, wie gesagt, wenn ihr unbedingt Altcoins wollt, geht mit 25% rein, wartet Korrekturen ab. Versucht jetzt aber nicht irgendwie diesen Zügen noch draufzuspringen. Lasst das Ding erstmal sacken. Es kommen immer wieder Korrekturen. Und nur weil ein Bitcoin-ETF möglicherweise genehmigt wird, gehen wir jetzt mal davon aus, der Bitcoin-ETF wird genehmigt, 99% gehen davon aus, dann werden wir wahrscheinlich einen extremen Pump sehen. Dieser Pump, und da erinnere ich gerne an unser Beispiel, XRP damals, solche Pumps werden früher oder später immer wieder aufgefüllt. Und ihr glaubt doch nicht, dass bei so, so vielen Altcoins, wo das Ding seit ununterbrochen pumpt, dass es hier nicht nochmal irgendwie eine Kaufschoss geben wird. Und denkt mal über meine Worte nach ein bisschen. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, entspannten Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Und gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, da war es das von meiner Seite. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.